Unten rechts am runden Ding schneller drehen, hier ungefähr. Ja, da müssen wir rein, in die Parlamente, denn alles andere ist Zeitvergeudung. Und es tut sich einiges, der Parteivorsitzende von Wir2020 EU, Herr Romberg, nähert sich den 10.000 Klicks mit seinem Auftritt. Und ja, ich hoffe, Anfang der Woche beginnt die Tour durch die Sender mit den Vertretern von Parteien, offen für alle Parteien und auch für einzelne Mitglieder der Parteien. Einfach mitmachen bei der Tour beginnt Anfang der Woche und da geht es dann um die Inhalte. Da geht es darum, was die externen Reformer so an Reformkonzepten mitbringen und wie das den Parteien bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen ermöglichen kann. Ja, kurzer Hinweis noch auf den Wahrheitskongress. Unser Auftritt am Freitag um 19 Uhr. Professor Bhakti ist dann am Samstag dran beim Wahrheitskongress. Ja, dann schauen wir uns mal die Situation an. Tagesthemen heute eben konstant. Also Sucharit Bhakti, Klaus Köhnlein. Das sind bisher die prominenten Namen, die irgendwie rund um die Parteien, die Basis, wir 2020, DE und EU eine Rolle spielen. Die anderen zwei Parteien, Bewegung Blau und die Föderalen, da tut sich gar nichts. Da bewegt sich einfach überhaupt nichts. Null. Also reden wir doch vielleicht dann überwiegend nur noch von diesen drei Parteien. Und beim Bundeswahlleiter habe ich gesehen, also es gibt wohl, der Bundeswahlleiter kennt wohl keine der Parteien von wir 2020. Ich hoffe, dass das sich irgendwie klärt und die zwei dann entweder mit zwei geringfügig unterschiedlichen Namen dann bald beim Bundeswahlleiter irgendwann eingetragen sind. Oder doch hoffentlich fusionieren und am besten gleich mit der Basis zusammen fusionieren. Ja, ja, so, einiges an Kurznachrichten. Kurznachrichten, na, was machst du für einen Fehler? Kurznachrichten. Ja, also das neue Parlament wird dann, wenn alle sich jetzt vernünftig verhalten würden, was man leider nicht unbedingt voraussetzen würde, kann. Also wenn alle sozusagen versuchen würden, ihre basisdemokratischen Überlegungen damit zusammenzubringen, dass die Basis der jeweiligen Partei konsensieren oder abstimmen sollte über die einzelnen Programmvorschläge, der ja von uns empfohlenen vier bis sechs externen Reformer, die bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen im Gepäck mitbringen, dann wird's was. Aber ohne das wird's nicht. Ohne Vernunft wird's nicht. Wenn also irgendeine Partei denkt, sie könnte mal so eben auf die Schnelle, aus dem hohlen Bauch ein Programm entwickeln, das 56 Prozent der Wähler oder 28 Prozent der Wähler vom Hocker reißt, das sind Illusionen. Ja, die nextscientistsforfuture.de haben dafür 52 Jahre gebraucht und auch Economy for Mankind, Lösungen.jetzt, haben dafür Jahrzehnte gebraucht und auch die Gemeinwohlökonomie von Christian Völber hat Jahrzehnte gebraucht, einige wenige Jahrzehnte zumindest gebraucht und die sozusagen, dass auch sogar das bedingungslose Grundeinkommen hat sicherlich Jahre gebraucht, bis es entwickelt wurde. Und so mal eben auf die Schnelle, wir machen mal auf die Schnelle sozusagen ein umwerfendes Programm, das wird scheitern. Ja, so sicher wie das Armen in der Kirche. Gut, das neue Parlament wird sich also zusammensetzen aus CDU, Grünen und der neuen Volkspartei, wie auch immer die dann am Ende heißen wird. Und wie gesagt, wenn eben die von den 56 Prozent wenigstens 28 Prozent realisiert werden können bei der Bundestagswahl und dafür erfordert ist, dass bei jeder kommenden Wahl man versucht, schon mal über die 5 Prozent zu kommen, denn mit 5,1 Prozent fangen die Großmedien an, darüber zu berichten und dann sind es bei der nächsten Wahl schon 20 Prozent und bei der nächsten schon 28 Prozent und dann kann man den Kanzler stellen. Gut, aber weg von den Äußerlichkeiten zu den Inhalten sozusagen. Wenn Gutes tun, nicht stark genug belohnt wird, dann wird zwangsläufig Schlechtes getan. Das ist ja die große Erkenntnis der NextScientistForFuture.de nach 52 Jahren. Wenn Gutes tun, nicht stark genug belohnt wird, wird zwangsläufig Schlechtes getan. Warum? Ganz kurzer Hinweis, warum ist das so? Eben weil? Weil, 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 hier, gehen wir es durch, weil, hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler und der sagt, lebt nur weiter so wunderschön glücklich und lustvoll naturbelassen, dann braucht ihr mich als Früharzt gar nicht. Ich liefere euch auch nur rein naturbelassene, reif geerntete Nahrung. Also kein Problem für euch. So, und hier kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig der erste Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und sagt, nein, dieser Naturtrend ist völlig unwichtig in allem. Ihr könnt ruhig auch die denaturierte Nahrung kaufen. Und in Wirklichkeit sind Viren die wahren Killer der Menschheit. Und deswegen kauft meine Behandlungen. Und nur wenn ihr so viel wie möglich davon kauft, könnt ihr gesund leben. Und dadurch ernähren sich jetzt dann die Leute falsch, werden chronisch krank. Und der Arzt kann ihnen Sachen ohne Ende verkaufen. Er hat Erfolg. Er kann hier Massen an Kindern und Enkeln und Urenkeln ernähren und in die Welt setzen. Und hier findet er auch geistige Nachfolge, die dann hier langsam auch explodieren. Und er wird zum Vorfahren von Drosten, Wieler und Lauterbach, während der hier sozusagen allerhöchstens zum Vorfahren von Bakhti, Wodak und Schiffmann wird. Aber Sie sehen es, sein evolutionärer Strang ist immer nur ein Rinnsaal. Eventuell stirbt das Ganze auch mal irgendwann aus. Aber mindestens ist es nur ein Rinnsaal. Das sind die sogenannten Ausnahmeärzte und Ausnahmefachleute, die also bei der Wahrheit geblieben sind. Die sind in der absoluten Minderheit und die Mehrheit besteht aus Drosten, Zwielers und Lauterbachs, die voll sind von diesen vorteilbringenden Irrtümern, diesen Killerviren des Geistes, die die ganze Menschheit durchmanipulieren und verseuchen. Und diesen parasitären Memen, was also der Begriff ist, worunter Sie mal googeln sollten, damit Sie mal ein bisschen von den wissenschaftlichen Äußerungen dazu auch mitkriegen. Auch wenn die ein bisschen kompliziert sind. Also hiermit ist ja dann alles gesagt. Also ich gehe mal hier durch. Wo haben wir es? Also und die Formel, die Weltrettungsformel lautet ja, Ah, so hier haben wir zu viele Sachen noch. Das wird so ungefähr, wird es aussehen beim, am Freitag um 19 Uhr beim Wahrheitskongress. Ja, Freitag 19 Uhr die Sendung. Next Scientist for Future im Gespräch mit dem Kongressveranstalter. Dann haben wir hier, das ist der Wahrheitskongress. Allerdings auf der Frontseite sind wir nicht dabei, weil das Foto jetzt ja schon länger her ist, dass das Foto gemacht wurde oder dieses Bild gemacht wurde. Ja, und das ist eben der Punkt, dass wir, also die Weltrettungsformel lautet ja, wenn man also, wenn die Parteien oder die Mitglieder der Parteien den Next Scientist for Future.de folgen würden, dann würde man sagen, zum Beispiel kann man die positiven, wie sagt man, die vorteilbringenden Irrtümer, diese Killer-Viren des Geistes aussterben lassen durch positive Anreize und die positiven Anreize können gesetzt werden anhand zum Beispiel solcher Messgrößen wie Wohlfühlstimmen, Gesundheitsaufwandungs, ja, lesen Sie es ruhig alles durch. Das sind so mögliche Steuerungselemente, die man benutzen kann, um anhand derer dann gezielt positive Anreize zu setzen und das führt dann zum Aussterben der vorteilbringenden Irrtümer und dann stirbt also das schlechte Verhalten aus. Ja, und bisher haben wir halt so viel schlechtes Verhalten in der Welt, weil wir nicht genügend starke positive Anreize gesetzt haben. Erstens keine sauberen Steuerungselemente haben und dann eben auch keine stark genügenden positiven Anreize gesetzt haben. Und das ist das gesamte Menschheitsproblem. Andere Menschheitsprobleme gibt es gar nicht, denn alle sind die Folge dieses Problems. Ja, Kreta hat sich leider nicht als kooperationsfähig mit den Next Scientist for Future erwiesen, mit diesen neuen Parteien. Das macht sowieso viel mehr Spaß. Die sind ja auch viel vernünftiger, hoffentlich. Das werden wir noch sehen. Ja, dann noch kurz die Erwähnung. Ja, wie sieht es aus mit den typischen vorteilbringenden Irrtümern der Journalisten? Ja, die habe ich vergessen. Die sind vergessen worden in dem Kongress-Talk für Freitag. Natürlich sieht der vorteilbringende Irrtümer so aus. Hier ist also der wahrheitsorientierte Journalist und hier ist der sich irrende Journalist und der sagt, ach ja, nee, die Medizinindustrie hat eigentlich immer recht. Das sind richtige Wissenschaftler und die Pharmaindustrie und die Virologie und die Impfindustrie und die Testindustrie und die Maskenindustrie. Nee, die haben immer recht. Das sind seriöse Wissenschaftler und das sind echte Experten und die können das. Das ist der vorteilbringende Irrtum der Journalisten. Und der führt dann dazu, dass sie eben typischerweise eben die, wie sagt man, die, ja, die wahrheitsorientierten Experten, die Ausnahmeärzte und Ausnahmeexperten und Ausnahmefachleute, dass man die ignoriert. Und dadurch kommt es dann zur Katastrophe. Denn Medizinindustrie ist nichts anderes als ein McDonalds und kein vernünftiger Mensch würde McDonalds in der Frage gesunder Ernährung befragen. Aber Journalisten, die eben solche vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben, Schluck Wasser, befragen eben dann eben die Ausnahmeexperten nicht. Und dann kommt es zur Katastrophe, zur weltweiten Katastrophe bei Corona und bei der Schweinegrippe. Und ja, und wieso ist das ein vorteilbringender Irrtum für die Journalisten? Ja, weil sie dadurch in Nullkonflikt mit den größten Werbekunden kommen, die einen Großteil ihrer Einkommen bezahlen. Und dadurch läuft das Ganze für die Journalisten konfliktfrei. Während würden sie ständig Experten zu interviewen, die also die Sichtweise der Medizinindustrie in Frage stellen würden, dann würden vielleicht die Medizinindustrie ihre Werbespots aus diesen Sendern abziehen. Und dann wäre sozusagen das Gehalt der Journalisten gefährdet. Und sie würden vielleicht entlassen werden von dem Sender, weil sie mit ihrem Verhalten die Werbeeinnahmen gefährdet haben. Insofern sind das vorteilbringende Irrtümer Schluck Wasser. Ja, dann, ach so, ja, die vorteilbringenden Irrtümer der NGOs wurden auch vergessen zu sagen, ja, denn es wurde nur über vorteilbringende Irrtümer für die Freitagssendung gesprochen, aber nicht über die vorteilbringenden Irrtümer der NGOs. Ja, hier ist ein wahrheitsorientierter NGO-Mitarbeiter und hier ist der, der sich irrt. Und der sagt also, Eisbären und Pandas und dies und das sind für uns Menschen ja unendlich wichtig, dass die überleben. Beispiel Eisbär, ja, wenn Menschen unbedingt Fleisch essen würden, wäre es doch viel sinnvoller, die Eisbären zu töten und selber die Robben zu schießen und dann zu essen. Ja, also das ist völlig unlogisch, aber ist halt ein vorteilbringender Irrtum für die NGOs, denn die kassieren ja für diesen vorteilbringenden Irrtum, der ja dann in der Weltbevölkerung so etwas wie eine Vergötterung des Eisbärs auslöst, ja, als wäre das ein Heiligtum, das man um jeden Preis retten müsse. Und dafür sind ja die Leute dann bereit, große Spenden zu bezahlen und die von denen profitieren die Geschäftsführer der NGOs und die Mitarbeiter der NGOs, soweit sie bezahlt werden. Und insofern ist das ein vorteilbringender Irrtum für die NGOs, sozusagen alles zu vergöttern und dadurch die Menschheit zu Spendenaktivitäten zu bringen. Genauso zum Beispiel Löwen oder Leoparden oder Jaguare und andere Raubtiere zu erhalten. Es wäre doch viel besser, wir würden die ausrotten und deren Beutetiere in Zukunft selber schießen, solange eben Menschen noch so drauf sind, dass sie unbedingt Fleisch wollen, dann sollen sie halt dieses herrliche Wildfleisch essen, ist ja sowieso viel gesünder als das Industriefleisch. Also sie merken, es ist ein Riesenunterschied zwischen rationalem Umgehen mit der Natur und irrationalem Umgehen mit der Natur, aber die NGOs leben nun mal davon, dass sie diese Irrationalität durch diese Killer-Viren des Geistes, ihre vorteilbringenden Irrtümer, quasi sozusagen alle Raubtiere erhalten wollen. Es ist doch auch viel sinnvoller, den Wolf auszurotten, statt ihn wieder anzusedeln und dann eben alle seine potenziellen Beutetiere selber zu schießen und zu essen. Das ist doch viel sinnvoller. Aber man sieht, welche Macht die Killer-Viren des Geistes, diese vorteilbringenden Irrtümer dieser NGOs haben und wie sie uns alle geistig vergiften und irrational werden lassen. Aber wie gesagt, die Next Scientists for Future klären ja darüber auf und bringen den Menschen ja die Wahrheit. Durch die positiven Anreize nehmen wir die Gewinnmöglichkeiten weg für schwarze Schafe und Träger von vorteilbringenden Irrtümern. Also noch einmal langsam. Durch die positiven Anreize nehmen wir die Gewinnmöglichkeiten weg für alle schwarzen Schafe, die also kriminell versuchen, die Bürger abzuzocken sozusagen und die, die nur aus vorteilbringenden Irrtümern heraus uns quasi abzocken, für die gibt es dann einfach kein Geld mehr, weil es für einen Arzt dann hier, wenn die neuen positiven Anreize kommen durch die Next Scientists for Future, gibt es nur noch Belohnungen für nachgewiesene und bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Ein Arzt, der aber den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, sie können ruhig essen, was die Industrie so bietet. Der wird also ganz schlechte Gesundheitsdaten bei seinen Kunden aufweisen und wird deswegen keine Verdienstzuschüsse bekommen und wird deswegen pleite gehen. Er rückt also eher hier in diese Aussterbensposition. Es sei denn, er lernt von den Next Scientists for Future dazu und er lernt um und dann rücken die Ausnahmeärzte, die rücken an diese Stelle und werden eben mit positiven Anreizen überschüttet und belohnt und die breiten sich dann aus für ihr wahrheitsorientiertes Vorgehen, das dann im Ergebnis ja viel mehr Gesundheit bei den Menschen erzeugt. Ja, also das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ich habe viel zu tun, viel anderes zu tun. Also hoffen wir mal, dass also nicht nur eine der drei Parteien mit den Next Scientists for Future und den Economy for Mankind und eventuell auch später mit der Gemeinwohlökonomie und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und mit anderen externen Reformern bei der Tour durch die Sender-Talk, sondern dass auch andere Parteimitglieder, ja, es ist ja möglich, dass ein Professormitglied bei die Basis wird und als solcher dann bei der Tour durch die Sender teilnimmt und so weiter. Ja, also alle sind herzlich eingeladen, denn das ist offen für alle die neuen Parteien und alle deren Mitglieder können teilnehmen bei dieser Tour durch die Sender. Herzlich willkommen und Anfang der Woche beginnt diese Tour durch die Sender und da wird sich dann zeigen, ob wir es schaffen, dass wir dann in Deutschland regieren können oder ob alles so im, sagen wir mal, im naiven Hobbybereich bleibt von Träumern und Phantasten und ja, Träumern und Phantasten, ob es dabei bleibt. Tschüssi, bis morgen.